Alexander Fallschonhoff Er hat den letzten Anstieg nach oben hin und dann runterkommen zu oben. Und das ist der Mann mit dem Mikro. Das ist Alexander Fallschonhoff für 30 Sekunden. Noch hat er 20 Sekunden auf den letzten 100 Metern. Dann wird er jetzt sein. Es ist der Kampf zwischen Ballschonhoff und Spitzov. Aber das Wort Alexander Fallschonhoff. You will get it. You will be the winner. You will be the winner. Alexander Fallschonhoff. Another victory for the Russian King. Representing Russian Federation. Alexander Fallschonhoff. 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 Vielen Dank.